Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 15. Januar 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder im Süden an der Dnepr-Front. Hier gibt es laut russischen Meldungen in den letzten 24 Stunden eine heftige Explosion in der Stadt Gachowka, vermutlich auch hier nach einem weiteren ukrainischen Artilleriebeschuss. Was hier genau explodiert ist, können wir aktuell noch nicht sagen. Das Ganze wird hier auch erstmal nicht weiter ausgeführt. In jedem Fall wurde hier eine Explosion gemeldet. Die Russen antworten hier auch weiter auf die Stadt Berslav, wobei hier die russische Artillerie in den vergangenen 24 Stunden nicht wirklich aktiv war. Anders sieht das Ganze natürlich weiter um Kherson aus. Hier beschießen die Russen auch weiterhin die Stadt. Treffen auch hier weiter die Städte Antonievka, teilweise auch hier Czernobaevka, wobei von der ukrainischen Seite dann natürlich das Gegenartilleriefeuer in Richtung Oleschke, Kardaschenka und Holoprist dann erfolgt. Westlicher im Dnepr-Golf gab es heute keine Aktivität im Gewässer. Allerdings beschossen die russischen Streitkräfte heute wohl das Dorf Dmitryvka, hier direkt am Ufer des Dnepr-Golfs. Damit wäre es auch schon für diesen Bereich. Wir haben hier keine weiteren Veränderungen. Das Gleiche gilt auch für die Halbinsel Krim. Auch hier werden erstmal keine Neuigkeiten gemeldet und wir springen in Richtung südlicher Front in der Region Saporizhia. Hier ist heute die russische Artillerie auf der gesamten Linie sehr aktiv. Es werden weiter die Städte Kamenske bis Urychow beschossen. Vor allem die Region um Urychow und der Stützpunkt selbst und um Juliapole und der Stützpunkt selbst werden sehr intensiv von der russischen Artillerie getroffen. Auch hier in den letzten 24 Stunden weiterhin Aktivität entlang der Linie Doroschnyanka und Myrne. Es kommt hier weiter zu Stellungskämpfen in und um diesen zwei Dörfern. Die Situation hat sich nicht sonderlich verändert. Nach meinen Informationen verbleibt damit beim gestrigen Status, nämlich dass die russischen Streitkräfte weiterhin das Dorf Doroschnyanka kontrollieren und dass Myrne sich in der Grauen Zone befindet. In jedem Fall bleibt hier, kommt es hier weiter zu kämpfen und wir sehen hier auf beiden Seiten die Bemühungen, die Kontrolle über diese zwei Dörfer zu bekommen. Die ukrainische Seite antwortet sich hier natürlich ebenfalls auf Frontnahe Positionen der russischen Streitkräfte. Vor allem weiter Polochi, Ingenierne im Fokus. Teilweise dann auch hier Kobani, Robotine, aber insgesamt gab es keine neuen Meldungen, was größere Städte betrifft, zum Beispiel Melitopol, Berdiansk oder Tokmak. Damit geht es in Richtung Donetsk und hier starten wir wieder zwischen Wilkana-Vasilka und Wuchladar, wo die russische Artillerie auch weiter aktiv ist. Es wurde hier die Stadt Wilkana-Vasilka selbst intensiv von der russischen Artillerie beschossen. Gleichzeitig werden die Dörfer Zolotan-Nilva, Protschustivka und Wuchladar von den Russen getroffen. Die Ukraine antworten hier weiter auf russische Positionen. Vor allem Mkilske und Bablevka werden von der ukrainischen Artillerie intensiv getroffen, vermutlich auch hier von Wuchladar aus. Es kommt hier zu lokalen Kämpfen in der Nähe des Kasler-Hatschlosses, den wir hier sehen. Aber infolge dieser Kämpfe gibt es erstmal keine wesentlichen Veränderungen und aktuell führt auch hier keine der beiden Seiten irgendwelche wesentlichen Angriffsoperationen durch. Westlich von Donetsk greift die russische Streitkraft auch weiter in Marinka an und auch in Richtung Pombierda gibt es Angriffe. Beide Angriffsrichtungen bleiben hier erstmal erfolglos. Ansonsten gab es wieder Kämpfe. Die Kämpfe haben sich wieder aktivisiert, um das Ganze genau auszudrücken, hier nördlich von Obbydne. Die Russen konnten gegen Ende des letzten Jahres hier das Dorf einnehmen. Daraufhin gab es Kämpfe nördlich des Dorfes, auch in der Nähe des Fußballplatzes, der hier markiert ist. Und dann in den letzten Wochen hat sich hier die Aktivität etwas reduziert gehabt. Jetzt gibt es hier wieder neue Kämpfe. Vermutlich versuchen die russischen Streitkräfte hier weiter in Richtung Avdivka vorzurücken. Ich vermute nicht, dass die Russen an dieser Linie westlich von Donetsk in den nächsten Tagen irgendwelche sonderlichen Erfolge erzielen werden. Die russische Artillerie ist aber auch hier weiter intensiv im Einsatz. Ich zähle jetzt einfach mal kurz die Städte auf, die getroffen werden. Novomikhailovka, Kostiantunovka, Marinka, Poberda, Chiorhivka hier zu sehen. Dann Krasnohorovka, Nevelske, Pervomalske, Netailove und dann natürlich auch weiter Vodjone und Avdivka. Die Ukrainer beschießen hier ihrerseits die Stadt Donetsk, die Stadt Markivka. Dann auch hier weiter die Positionen in Jesenovata und Jakovlevka. Und zum Abschluss natürlich auch die Großstadt Horlevka. Soviel dann zu diesem Abschnitt. Jetzt bewegen wir uns weiter in Richtung Norden. Starten hier nordwestlich von Horlevka in der Region Majorsk. Hier gibt es weitere Aktivität von der russischen Seite in Richtung Bivitschne und Drushba. Aber wie schon in den letzten Tagen häufiger erwähnt, haben die russischen Streitkräfte hier in den letzten Tagen ihre Streitkraft aktiviert, was diese Richtung betrifft. Und es kommt hier häufiger zu Angriffen. Und so gab es auch in den letzten 24 Stunden Angriffsversuche, die von den Ukrainern mehr oder weniger zurückgeschlagen wurden. In jedem Fall hat sich hier die Intensität der Kämpfe deutlich erhöht. Und nördlicher gibt es dann weiterhin Versuche in Richtung Dilyevka anzugreifen, die aber auch hier erstmal erfolglos bleiben. Die aktuellen Bemühungen, und zwar die größten Bemühungen, setzen die Russen aktuell hier südlich von Bachmut in Richtung Klischivka und in Richtung Ivanovska. Hier gab es auch in den letzten 24 Stunden weiter intensive Kämpfe entlang des Sibersk-Dornes-Sombas-Kanals, wo die Russen weiter versuchen, entlang dieses Kanals vorzurücken, um diese Erhöhung westlich von Klischivka zu umgehen und möglicherweise Klischivka damit in einen Halbkessel zu bekommen. Das Ganze gelingt hier aktuell noch nicht. Die Russen hatten diese Woche, um das Ganze nochmal kurz zu erwähnen, hier gerade in dem Bereich einen kleinen Durchbruch. Die Russen konnten hier zwei bis drei ukrainische Stellungen einnehmen, aber inzwischen haben die Ukrainer hier die Frontlinie etwas stabilisiert. Die Russen versuchen weiter auch südlich von Klischivka in das Dorf einzudringen. Das Ganze gelingt auch hier erstmal nicht. Und nördlicher und östlicher gibt es auch weiter Kämpfe hier auch nicht ganz korrekt eingezeichnet. Die Frontlinie, die russischen Positionen befinden sich aktuell hier in der Nähe des Bahnhofs. Hier sehen wir die Eisenbahnlinie und in diese Richtung wird ebenfalls angegriffen, wobei die Russen auch hier erstmal keinen wesentlichen Erfolg erzielen können. Die ukrainische Seite berichtet vor Ort, dass man wegen des zunehmenden Drucks von der russischen Streitkraft in Richtung Klischivka Verstärkung verlegt. Gerade von den Abschnitten nördlicher, zum Beispiel von Bachmut oder möglicherweise Einheiten, die vorher in Solidar beteiligt waren. In jedem Fall kann es auch gut sein, dass die russischen Streitkräfte jetzt mit dem Erfolg in Solidar, wozu wir gleich kommen werden, einiges ihrer Streitkraft umgruppieren und in Richtung Klischivka werfen, um hier Erfolge zu erzielen und in Richtung Ivanovski durchzubrechen. Aktuell können die Ukrainer aber weiter das Dorf halten. Ich kann mir vorstellen, dass nächste Woche hier dieser Abschnitt einer der aktivsten Abschnitte anklang der gesamten Frontlinie wird. Soviel dazu. Wir gehen in Richtung Obutne. Hier gibt es Weiterkämpfe im nördlichen Abschnitt des Dorfes. Allerdings kam es hier erstmal zu keinen Veränderungen. Anders sieht das Ganze um Bachmut aus. Hier zunächst einmal, wie von ukrainischer Seite berichtet wird, gibt es westlich-nordwestlich der Müllhalde, die hier grau markiert ist. Angriffe von der russischen Seite in Richtung des bewohnten Teils, in Richtung des südöstlichen Bezirks von Bachmut. Hier kleine Fortschritte von den russischen Streitkräften, die von der ukrainischen Seite gemeldet werden. Das Ganze wird leider nicht konkretisiert. Ich habe auch hier erstmal kein Video- bzw. Bildmaterial, was hier die Situation konkret betrifft. Deshalb müssen wir uns hier etwas gedulden. In jedem Fall greifen die Russen in diese Richtung an. Allgemein wird berichtet, dass die Russen, was den östlichen und südöstlichen Abschnitt betrifft, in den letzten 24 Stunden zehnmal angegriffen haben. Was natürlich hier auch zeigt, dass die Intensität wieder zunimmt um Bachmut mit den Erfolgen in und um Soledar. Und so können wir auch in der nächsten Woche erwarten, dass die Kämpfe hier erstmal nicht nachlassen werden. Entlang der Patrizia-Lomumbe-Straße, hier gab es weiter Kämpfe, gibt es weiter Kämpfe, vor allem Städtungskämpfe in der Nähe dieses Sees. Die russischen Streitkräfte versuchen weiter über diese Straße in Richtung bewohnten Teil von Bachmut einzudringen. Das Ganze gelingt aber auch zum heutigen Tag und zum Ende der Woche den russischen Streitkräften hier erst einmal nicht. Nördlicher konnten die Russen allerdings Erfolge erzielen. Und zwar sprechen wir hier jetzt um den nordöstlichen Teil von Bachmut. Hier vor allem über die T-1302-Straße. Hier gab es stärkere Angriffe in den letzten Tagen. Dieses Gebiet wird auch der Bachmutwald genannt, weil wir hier eben ein bewaldetes Gebiet haben. Und die ukrainische Seite meldet ein stärkeres Vorrücken, ein stärkeres Vorgehen, Entschuldigung, in Richtung des nordöstlichen Teils von Bachmut. Gerade im Bachmutwald konnten die russischen Streitkräfte wohl vorrücken. Das ist hier dieser Teil, auch wenn man das Ganze hier nicht gut sieht. Vielleicht noch ein bisschen rauszoomen. Ja genau, hier dieser grüne Bereich, gerade in diesem Teil konnten die russischen Streitkräfte wohl vorrücken. Einige hundert Meter und inzwischen wird berichtet, dass hier im bewohnten Teil auch schon die ersten Straßenkämpfe stattfinden. Dass die ukrainischen Streitkräfte hier aktuell entlang der ersten Straßen Widerstand leisten. Insgesamt hat damit auch der nordöstliche Abschnitt, haben damit die Kämpfe auch den nordöstlichen Abschnitt von Bachmut erreicht. Und auch in den nächsten Wochen wird das vermutlich ein Bereich sein, über den wir reden werden müssen. Nördlicher gibt es weiterhin Kämpfe in Bidrorodne. Hier können wir aktuell noch nicht genau sagen, wie die Situation zwischen dieser schwarzen Linie und dem Bachmutger Fluss genau ist. Es wird berichtet, dass noch weiter de facto in Bidrorodne gekämpft wird. Vermutlich auch hier in den letzten Straßen. Wie gesagt, hier liegen mir keine konkreten Informationen vor. Deshalb müssen wir hier erstmal abwarten. Ich vermute, dass die russischen Streitkräfte hier jetzt auch mit dem endgültigen Erfolg in Bidrorodne versuchen werden, gerade auch was das Vorrücken nordöstlich betrifft, in Richtung Jachitne vorzurücken. Hier über den Bachmutger Fluss, also den Fluss zu überqueren und damit dann in Richtung dieses Dorfes anzugreifen. Das wäre hier vermutlich der nächste Schritt von der russischen Seite. Wie gesagt, auch hier nur eine Vermutung. Genau kann ich es natürlich nicht sagen. In jedem Fall bemühen sich die Russen aktuell hier, den Fluss zu erreichen. Nördlicher gibt es weitere Angriffe in Richtung Poraskoviyevka. Der ukrainische Generalstaat berichtet hier auch von Kämpfen um Poraskoviyevka. Ob die Russen hier inzwischen den Schluss überqueren konnten, kann ich nicht sagen. In jedem Fall wird das vermutlich eine der Absichten der russischen Streitkräfte sein. Zuvor aber bemühen sich die Russen um das Dorf Krasnachora, welches aktuell vom Norden, vom Süden und vom Osten angegriffen wird und wo die Russen den Ukrainen einige Probleme bereiten. In jedem Fall stelle ich hier, was das Dorf betrifft, auch keine großen Aussichten für die ukrainische Verteidigung und kann mir vorstellen, dass das Dorf nächste Woche auch schon fallen wird. Was Solidar betrifft, so wurde heute Nachmittag in ukrainischen Medien bzw. von einzelnen ukrainischen Quellen berichtet, dass Solidar wohl vollständig gefallen ist, dass die Ukraine sich vollständig aus der Stadt zurückgezogen haben. Die letzten Tage hatten wir hier über diesen nordwestlichen Abschnitt gesprochen, den die Ukraine auch noch weiter gehalten haben, wo es auch weiter Kämpfe gab. Deshalb habe ich auch hier die Aussagen seitens des russischen Verteidigungsministeriums bzw. der Wagner-Gruppe angeprangert, dass Solidar de facto noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle ist. Und jetzt gibt es hier, wie gesagt, die Informationen, dass die Ukraine begonnen haben, hier den letzten Teil von Solidar zu verlassen, um neue Stellungen auf der Westseite des Bachmutgerflusses einzunehmen. Das Ganze wäre auch aus geografischen Aspekten hier die sinnvollere Entscheidung, gerade auch die Erhöhungen westlich von Solidar ermöglichten, hier natürlich den Ukrainern gute Positionen einzunehmen für eine längerfristige Verteidigung. Es wurde heute sehr intensiv gekämpft in diesem Abschnitt, hier direkt nordöstlich von dieser Poststelle, hier in diesem Abschnitt. Das Ganze ist leider nicht beschriftet, aber hier gibt es das sogenannte Salzbergwerk Nummer 7 vom System der Salzbergwerke in Solidar. Und die russischen Streitkräfte stürmten wohl heute Nacht bis heute Morgen hier dieses Bergwerk. Und das Ganze war wohl erfolgreich von der russischen Seite. Die Front hat sich demnach laut Aussagen eines ukrainischen Offiziers der Luftaufklärung in Richtung Westen verschoben, aus Solidar hinaus, aber nicht weit weg von Solidar. Demnach interpretiere ich das Ganze, dass die Ukrainer hier westlich von Solidar neue Positionen eingenommen haben. Insgesamt wird das Ganze hier den Russen jetzt natürlich nicht sonderlich viel bringen, sofern man nicht die Kontrolle über Blachodatne oder Poraskovivka bekommt, was dann hier den physischen Zugang bringen wird zur Versorgungslinie, die Bachmut versorgt, nämlich hier die M03 oder die T0513 Straße. Dazu müssen die Russen erst einmal den Fluss überqueren. Vermutlich wird man das Ganze versuchen in der Region um Poraskovivka, Krasnahora, vielleicht hier auch in Richtung Blachodatne, wo genau können wir natürlich nichts sagen. Ich denke, die Russen werden sich bemühen, den Fluss zu überqueren, um dann hier auch diese Kreuzungen zu erreichen und Bachmut vom Norden zu umgehen. Das war vermutlich auch hier die Hauptabsicht mit Solidar, welches jetzt wohl vollständig unter russischer Kontrolle steht. Ich möchte noch mal kurz hinweisen, Das Ganze wurde hier noch nicht vom ukrainischen Generalstaat berichtet. Dort, wie gesagt, das ist hier die letzte Instanz, von der wir hier noch eine Aussage erwarten. Aber ansonsten sieht es tatsächlich danach aus, als hätten die russischen Streitkräfte hier die volle Kontrolle über Solidar erlangt. Und in diesem Sinne haben die Russen hier so gut wie alle Positionen östlich des Bachmutgeflusses eingenommen. Nördlicher bemühen sich die Russen dennoch weiter in Richtung Ziel anzugreifen. Für mich hier diese kleine Siedlung mit dem Bahnhof. Hier wird weiter in der Nähe des Bahnhofs gekämpft, wobei die Russen hier in den letzten 24 Stunden einen kleinen Rückschlag hatten, nach meinen Informationen, wobei die Russen dennoch weiterhin in Ziel aktiv sind und hier versuchen weiter in Richtung des Bahnhofs anzugreifen. Nördlicher gab es auch weitere Angriffe in Richtung Rosdoljevka, wobei die russischen Streitkräfte hier etwa 50 bis 150 Meter vorrücken konnten, nach meinen Informationen. Aber das Ganze dennoch reicht das Ganze nicht, um hier das Dorf zu erreichen und die Kämpfe im Dorf zu beginnen. Wie gesagt, hier gerade in den Feldern südlich von Rosdoljevka die Kämpfe. Dann nördlicher Spirne, Werchnogamenske. Hier gibt es weitere Angriffe, weitere Kämpfe. Allerdings hat sich auch hier die Frontlinie nicht sonderlich verändert in den letzten 24 Stunden. Jetzt vielleicht noch der Abschnitt Kremina, Czerwono, Popivka, Tloshanka. Hier wird weiter gekämpft. Es gibt inzwischen auch immer mehr Videomaterial, Bildmaterial aus dem Kremina-Wald hier südlich der Stadt. Wir haben leider keine Aufnahmen außer Sibrova und Kusimne. Wobei wir nahelegen können und ich bin davon überzeugt, dass die ukrainischen Streitkräfte zumindest im westlichen Teil des Dorfes aktiv sind und südlich von Kusimne versuchen ebenfalls in das Dorf einzudringen. Es wird hier in der Nähe dieser zwei Dörfer intensiv gekämpft. Die Russen haben hier einige Luftlande-Brigaden in der letzten Woche, in dieser Woche, um genau zu sein, in diese Richtung verlegt, um hier vor allem Kremina zu halten. Einige Quellen legen nahe, dass inzwischen hier die Kämpfe auch schon die Stadt selbst erreicht haben. Das Ganze lässt sich noch nicht vollständig bestätigen. Ich denke, wir müssen abwarten, bis hier neue Informationen kommen und bis wir dann hier konkretere Aussagen treffen können. In jedem Fall intensive Kämpfe in diesem Abschnitt. Videomaterial, welches ich angesprochen hatte, zeigt vor allem ukrainische und russische Einheiten, die sich durch den Wald bewegen und hier operieren. Es kommt hier auf jeden Fall auch weiterhin zu Kämpfen. Nördlicher gibt es auch in Czerwonopopivka weitere Kämpfe. Den konkreten Verlauf der Front kann ich aktuell nicht sagen. Das Ganze ist allerdings auch nicht wirklich sinnvoll, da sich hier der Frontverlauf innerhalb von wenigen Stunden regelmäßig ändert. In Ploschanka gibt es ebenfalls Kämpfe, vor allem westlich von Ploschanka, südwestlich von Ploschanka. Hier greifen auch beide Seiten abwechselnd an. Mal können die eine Seite einige Stellungen einnehmen, mal die andere Seite. In jedem Fall befindet sich Ploschanka aktuell zum größten Teil unter russischer Kontrolle, teilweise vielleicht in der Grauen Zone, um hier genauer zu sein. Aber insgesamt hat sich auch diese Woche hier und in den letzten 24 Stunden nicht sonderlich viel verändert. Die Artillerie der Russen beschießt aktuell vor allem Derni, Nevsky, Makievka. Die Ukrainer konzentrieren sich vor allem auf Rubizne, Kremina und Czerwonopopivka. Zum Abschluss nördlicher hier auch erstmal keine wesentlichen Veränderungen in den letzten 24 Stunden und auch in der letzten Woche. Es kommt weiter vereinzelt zu Kämpfen in der Nähe von Novoselivsk, Kuzumovka, in der Nähe von Czerwonomachivka, wo die russischen Streitkräfte regelmäßig versuchen, in Richtung des Dorfes anzugreifen. Ich bin auch überzeugt, dass die Frontlinie, die wir aktuell sehen, inzwischen nicht mehr der exakten Situation entspricht. Aber leider haben wir noch keine konkreten Updates und können hier erstmal noch keine Veränderungen melden. Ansonsten beschießen die russischen Streitkräfte hier weiter Kopiansk, Dvoritschner, die Ukraine natürlich hier, Nizhna Duganka und Svatove. Jetzt noch kurz eine kleine Information aus der Region Belgorod. Dort zündete heute ein russischer Soldat in einem Waffenlagerraum einer Militäreinheit eine Granate. Infolgedessen wurden drei Soldaten getötet, 16 verletzt, acht wurden vermisst. Hier hat sich erstmal wohl nicht viel verändert. Nach der Explosion detonierte andere Munition in diesem Lagerraum und es brach ein Feuer auf etwa 450 Quadratmetern aus. Dann zum Abschluss möchte ich heute die Veränderungen der letzten sieben Tage zeigen. Ich hatte in den letzten Tagen, Wochen häufiger die Meldungen erhalten bzw. den Hinweis erhalten, dass ich doch die Veränderungen zeigen soll, die wir hier haben. Und diese Veränderungen werde ich jetzt auch zeigen. Vor allem aber natürlich an dem Abschnitt, wo sich was verändert hat. Und das wäre der Abschnitt Bachmut. Ich lasse das Ganze einmal kurz durchlaufen. Wir sehen auf der gesamten Frontlinie ein Vorrücken von der russischen Seite. Vor allem aber im Norden bei Soledad. Und letztlich auch kleine Erfolge hier nördlich-südlich von Bachmut. Insgesamt hier, wie gesagt, der aktuelle Frontverlauf. Ansonsten andere Bereiche werde ich erstmal nicht zeigen können. Vielleicht lohnt es sich noch einmal kurz in Richtung Kremina zu schauen. Auch hier, das sind lediglich die Aussagen der Deep State Map. Das heißt natürlich nicht, dass die Situation tatsächlich der Wahrheit entspricht. Hier auch nicht sonderlich viel verändert. Wir sehen, dass die Ukrainer kleine Positionen einnehmen konnten. Hier dann in grün markiert. Aber ansonsten verbleibt es hier weiter bei Kämpfen um die Bromakosumne und Kremina. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abo auf dem Kanal da lassen. Und dann möchte ich mich noch zum Abschluss der Woche bei den zahlreichen Spenden bedanken, wie ich auch diese Woche erhalten habe. Das Ganze unterstützt natürlich hier meinen Kanal, meine tägliche freie Arbeit für euch und motiviert mich täglich hier neue Videos zu erstellen. In diesem Sinne nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mir hier auch in Form von Geld meinen Kanal unterstützt. In diesem Sinne wünsche ich dann einen wunderschönen Abend und bis morgen.